Hallo liebe Immis, hier spricht euer Immi-Opa, euer Begleiter für das Leben im Rheinland. Jetzt zukünftige Vergangenheit, Futurum Präteritum. Das Rheinische drückt das, was in der Gegenwart passiert, gerne als bereits vergangen aus, weil dann ist es schneller vorbei. Sie werden nie erleben, dass ein Rheinländer eine Rede oder die Begrüßung bei einem Festtag anfängt mit den Worten Ich heiße Sie herzlich willkommen, weil er dann weiß, wenn ich das so sage, dann denken die alle, oh da zieht sich. Dann kommt Dank an die Sponsoren, dann kommt die Begrüßung der Verstorbenen, die Verabschiedung der Lebenden oder wie auch immer. Es wird furchtbar. Der Rheinländer hat die Möglichkeit, das, was noch kommt, als bereits vergangen ausdrücken zu können. Dann ist es vorbei und er wird immer sagen, ich wollte Sie herzlich willkommen geheißen haben. Ist das nicht genial? Mach was draus. Jetzt haben wir aber viele.